die Kollegin Katharina Landgraf das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sprechen heute in verbundener Debatte über so viele Themen, dass es mir unmöglich ist, auf alles einzugehen. Daher nehme ich mir die Freiheit und spreche heute am Ende dieses Jahres, und wir sind ja in der Adventszeit, über das, was mir am Herzen liegt, gesunde und ausgewogene Ernährung. Von der Schwangerschaft über die Kindheit bis ins hohe Alter. Dieses Ziel erreicht man nicht mit Verboten, Maßregeln und Einschränkungen, sondern vor allen Dingen mit Freude am Kochen und beim gemeinsamen Essen und auch beim Genießen, vor allem in der Weihnachtszeit. Natürlich benötigt man auch in gewissem Maße Fachwissen darüber, welche Lebensmittel wie zubereitet werden und wo offensichtlich und versteckt Fett, Salz und Zucker fallen, lauern. Aber viel wichtiger ist es, die eigene Ernährung ganz praktisch zu sehen und einfach loszulegen. Da können schon die kleinsten Familienmitglieder einbezogen werden und je nach Alter Gemüse schneiden oder auch nur die Nudeln in den Topf werfen. Und der Stolz über die selbst zubereitete Mahlzeit lässt diese dann gleich noch einmal so gut schmecken. Gleichzeitig ist das gemeinsame Essen mit der Familie ein wichtiger Ruhepunkt in unserer hektischen Zeit und fördert die Kommunikation ungemein, wenn man zudem auch die Smartphones vom Esstisch verbannt. Das Entscheidende bei allen guten Ratschlägen und Empfehlungen ist und bleibt aber die Motivation des Einzelnen. Jeder sollte frei entscheiden für sich, für seinen Körper das Beste zu tun und nicht nur für seinen Körper. Denn, wie heißt es so schön, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und da schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man muss sich dessen nur bewusst sein und dazu noch das nötige Wissen besitzen. Sollte es an Letzteren fehlen, habe ich eine gute Nachricht für alle, die motiviert sind, dieses zu ändern. Ich arbeite seit einiger Zeit an einem neuen Projekt und langsam ist es soweit vorangeschritten, dass ich es Ihnen vorstellen möchte. Das deutsche Kochabzeichen. Mit dem Slogan, damit es dir gut geht, werden alle Generationen angesprochen. Und dieser einfache Wunsch drückt treffend das Interesse und die Motivation des Einzelnen aus. Für den Erwerb des Kochabzeichens und für das Ziel einer gesunden Ernährung und bewussten Lebensführung. Angelehnt an das deutsche Sportabzeichen sollte es beim Erwerb des Kochabzeichens um unterschiedliche Disziplinen gehen. Es sollte einen theoretischen und einen praktischen Teil geben. Der Theorie-Teil sollte sich auf die Bereiche Ursprung und Herstellung konzentrieren und der Praxis-Teil auf die Bereiche Zubereitung, Genuss und Verbrauch. Als Praxispartner sind die Volkshochschulen, Verbraucherzentralen und Sportvereine im Gespräch. Natürlich auch die Landfrauen. Und auch unser Bundesministerium ist schon informiert. Und das dann später zuständige Bundeszentrum für Ernährung wird hoffentlich einer finanziellen Förderung im Namen von INFORM zustimmen. Jetzt ist es ja bekanntlich die Zeit, in der man Wünsche äußern darf. Und wo wir schon bei Wünschen sind, ich erlaube mir noch einen weiteren zu äußern, nämlich eine bessere und nachhaltigere Zusammenarbeit mit den Gesundheitspolitikern. Der Zusammenhang zwischen falscher Ernährung und der Entstehung ernährungsbedingter Krankheiten ist ja unbestritten. Und ebenso unbestritten sind die dadurch enormen Kosten, die da entstehen, für unser Gesundheitssystem und also für unsere Allgemeinheit. Daher ist die gesunde Ernährung die beste Prävention. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Problemfeld der Mangelernährung in unserer Wohlstandsgesellschaft zu sehen. Ja, das trifft gehäuft bei älteren Menschen auf, zum Beispiel durch falsches Essen oder zu wenig Essen. Die Senioren werden dann schwächer, die Muskelmasse abgebaut, und das wiederum führt schneller zu Stürzen und Knochenbrüchen. Und die Folge sind gehäufte und längere Krankenhausaufenthalte und im schlimmsten Fall sogar Pflegebedürftigkeit. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung zu diesem Thema und sehe dringenden Handlungsbedarf. Die Folge der Mangelernährung sind leider noch zu wenig bekannt, aber sie sind gravierend, ganz zu schweigen von den Kosten. Gesund und ausgewogene Ernährung trägt also dabei, dazu bei, dass sich jeder länger selbstständig versorgen kann und im besten Falle nicht auf außerhäusliche Pflege angewiesen ist. Damit steigt auch die Lebenserwartung. Aber nötig ist die Aufklärung der Patienten, die Fortbildung der Hausärzte, damit die Mangelernährung frühzeitig erkannt werden kann. Doch nicht nur die Älteren, auch den ganz Jungen beziehungsweise noch Ungeborenen gehört unsere besondere Aufmerksamkeit. Die richtige Ernährung schon in der Schwangerschaft beziehungsweise in den ersten 1.000 Tagen ist von großer Bedeutung für gesunde Ernährung des Babys und des Kleinkindes. Das bundesweite Netzwerk Gesund ins Leben, Netzwerk Junge Familie, kümmert sich um diesen wichtigen Lebensabschnitt. Es bezieht dabei Hebammen, Frauen, Kinder und Jugendärzte mit ein. Und so werden die Kompetenzen ergänzt und Synergien geschafft. Es entwickelt einheitliche Handlungsempfehlungen in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Allergieprävention rund um die Zeit von Geburt und früher Kindheit. So eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Festlegung ist national und international einmalig und verdient unsere volle Anerkennung. Aus den Handlungsempfehlungen und einem Modellprojekt entwickelte sich das Bündnis frühkindlicher Prävention. Hier ist das Ziel Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr, um honorierte präventive Beratungsleistungen Beamten Deutsch zu erweitern und sich auch um Ernährung und Bewegung zu kümmern. Aber dazu benötigen wir wieder die Kooperation mit den Gesundheitspolitikern. Und ich finde, wir sollten dieses Netzwerk Gesund ins Leben zum Vorbild nehmen für eine weitere Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsbereich. Damit könnten wir ja bald starten im neuen Jahr. Zum Abschluss noch eine frohe Botschaft. Wenn man alle Anträge der Debatte betrachtet, verbindet dieses ungeachtet aller Unterschiede ein gemeinsames Ziel. Wir alle wollen, dass die Menschen in der Lage sind, mit sicheren und gut gekennzeichneten Produkten gesund zu ernähren, wenn sie es denn wollen. Und damit es uns in den nächsten Monaten gelingt, öfter das Ziel im Auge zu behalten und uns seltener auf der Suche nach dem richtigen Weg zu verirren, finde ich, sollten wir uns heute gerade in adventlicher Stimmung vornehmen, da gemeinsam voranzugehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und genießen Sie in Maßen den Festschmaus, die Plätzchen und die Leckereien. Keine Sorge, das legt sich nicht gleich auf die Hüften, denn man nimmt bekanntlich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Vielen Dank. Das Letzte werde ich durch den wissenschaftlichen Dienst noch mal prüfen lassen, bevor sich daran voreilige Schlussfolgerungen anknüpfen. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Krischer.